In der Nervenheilanstalt war ich geradezu besessen von der Wissenschaft. Nicht von jeder Richtung. Und eigentlich auch nicht von der Wissenschaft, sondern von den Wissenschaftlern. Und dann auch nur von den Atomphysikern. Sie hatten die Bombe erfunden. Oppenheimer, Heisenberg, Fermi und Teller. Pioniere. Genies allesamt. Ich las jedes Buch, das ich in die Finger bekam. Ich wollte verstehen. Warum konnten sie nicht aufhören, diese Väter unserer Vernichtung? Und warum hat niemand sie aufgehalten? Und wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es tun? Sogar. Sogar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017